Die hierzu erwerbende renovierungsbedürftige 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in Wiesbaden. Die Immobilie wurde 1905 erbaut und wird über eine Ofenheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 116 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 220.000 Euro. KP International steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.